Die Energy Decentral 2016 im Rahmen der Eurotier in Hannover. Mit dem Messespecial BHKW Wartung und Service will die DLG als Veranstalter dem Publikum einen Mehrwert bieten. Erstmals präsentieren sich verschiedene Hersteller von Blockheizkraftwerken gemeinsam mit einem Mineralölkonzern und Serviceexperten auf ein und derselben Fläche. Zusammen wollen sie BHKW-Betreibern einen Einblick in kompetente Wartung und professionellen Service an BHKW geben. Verbunden mit Tipps und Hinweisen, wie die Betreiber die Lebenszeit ihrer Anlagen verlängern, Standzeiten minimieren und die Effizienz vergrößern können. Wir wollten einfach auch ein Stück weit natürlich ein Zeichen setzen, dass wir als Fachmesse für die stationären Gasmotoren hier auch Kompetenz darstellen können für die Fachbesucher. Und ich denke, uns ist es dann ganz eindrucksvoll gelungen, hier vor allen Dingen auch verschiedene Unternehmen zusammen an einem Ort zu bündeln und gemeinsam hier so ein Special auf die Beine zu stellen. In sieben Shows pro Tag wird live von herstellereigenen Mitarbeitern aus dem Service an den BHKW geschraubt. Dabei bietet man den Zuschauern detaillierte Einblicke in das Innenleben der Motoren. Insbesondere die Maschinen mit hoher Laufleistung faszinieren das Publikum. Kameras übertragen Details auf einen Großbildschirm. Ein technikaffiner Moderator vermittelt zwischen den Akteuren und den Zuschauern. Live, spontan, informativ, nutzerorientiert. Sogar mit Endoskopen dringt man ins Innere der Motoren vor. So kann der Messebesucher zum Beispiel die Bedeutung von Ölanalysen ideal nachvollziehen. Zwei BHKW mit deutlichen Gebrauchsspuren und jeweils 42.000 bzw. über 60.000 Betriebsstunden sind Eyecatcher des Specials und machen die Informationen authentisch. Exponate aus verschiedenen Motoren unterstreichen die Bedeutung regelmäßiger Wartung, lebensnahe Action unter Messebedingungen. Das war hier das Ziel. Das Publikum zeigte sich begeistert und nutzte die Gelegenheit, sich auch zwischen den Shows mit den Service-Spezialisten auszutauschen. Das war genau der Effekt, den man mit den Standpartnern auf dem Special BHKW Wartung und Service erreichen wollte. Das scheint aufzugehen. Wir haben einen sehr guten Zulauf, auch an unserem eigenen Stand hier. Gerade das Thema Flexibilisierung ist sehr gefragt. Da können wir Aufklärung leisten, da kann man halt auch die Kunden in die richtige Richtung beraten, damit sie halt eine sehr wirtschaftliche Lösung für sich dann herausfinden können. Also von daher ist es ein großer Erfolg für uns. Ob Ölanalyse, Wartungsintervalle, Flexbetrieb oder Schwingungsmessung – im Laufe jedes Messetages wurden alle aktuellen Themen rund um den BHKW-Betrieb angesprochen. Die Resonanz des Publikums gab den Veranstaltern recht. Überall da, wo wirklich Action auch an einem BHKW, an einem Stand, an einem Ausstellungsexponat ist, da ist natürlich auch Begeisterung der Fachbesucher zu spüren. Und wenn man da noch einen Mehrwert für sich mitnehmen kann, vielleicht das ein oder andere Detail mit nach Hause nimmt, wo man mal drüber nachdenken kann, wo es eine Anregung gibt, irgendwie vielleicht was zu verändern, zu verbessern, dann haben wir eigentlich alle gewonnen auf ganzer Linie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017